Soho, let's go, ladies and gentlemen! Ah, zum Teufel, was soll das Lande sagen wollen? Ah, so. Willkommen zurück zu... der Hölle. Uh, ah, muah, 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 muah. Uh, na, endlich. Jetzt wissen wir mal, von was wir hier sprechen. Und jetzt kommt der Entgegner. Mit der Hälfte der Waffen. Das kann ich euch ernst sagen. Ich hab nur noch was von diesem scheiß Seelenwürfel gefunden, äh, gelesen. Kommt ihr? Finden wir den jetzt während der Kampf? Keine Ahnung. Wir werden sehen. Muuu, ah, wir, 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 ja, wir gehen jetzt einfach rein. Oh, immer noch nicht. Meine Fresse hier verarscht mich, oder? Alles klar. Alles fett. Alles fetzig. Höh, heilige Scheiße! Okay, nicht cool, nicht cool, nicht cool. Oh mein Gott, ach, glaube ich, ich laufe einfach. Keiner verlangt sich gegen die Krämpfe. Oder? Oh, 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 oh! Ich bin weg. Oder? Wollt ihr gleich gegen die Kämpfe? Alter! Oh, jetzt verstehe ich's. Ja, endlich fällt mir dieses Dickie. Dickie fällt. Los, stirb! Yeah! What the hell? Nein, 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 ich komm nicht mehr hoch. Okay, ich hab mir ne ganze Scheiß-Munition für so ne Schwuchte verbraten. So ne Riesenschwuchte. Na toll. Na toll. Ah, ah! Ja, super, das bringt auch nicht viel. Okay. Ich hasse es, wenn diese Viecher nicht sterben wollen. Ah, perfekt, sieht gut aus. Uh, sieht sehr gut aus. Sieht sexy aus. Oh. So was Blödes aber auch. Oh, ich könnte jetzt theoretisch da runter. Oh, ja, ich mach mich mal. Yeah! Na, toll. Ach, ich hasse es. Und gibt's auch noch was? Nein, gut. Na dann, so. Jetzt sind wir berüstet für den Endboss oder für den Boss. Vielleicht ist es wieder so ein Mini-Snack. Ich weiß nicht, so ein Snacks zwischendurch. So ein Snack-Boss. Ich hab jetzt mal ein neues Wort erfunden. Snack-Boss. Hm, keine Ahnung. Wo müssen wir hin? Ah ja, genau, klar, müssen wir hin. Ah, sieht gut aus. Sieht gut aus. Nein, eigentlich nicht, aber... Perfekt. Die haben eigentlich gar nichts. Aber okay. Stirb, stirb, danke. Oh nein. Jetzt kommt's, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Also wenn jetzt dahinter nochmal so ein Scheißraum ist, ey. Schon wieder so ein Scheiß... Heilige Scheiße! Heilige Scheiße! Ach, ach ja, natürlich. Da war vorher aber nichts, gell? Alter, da war vorher nichts. Ach, die haben sich hier drin versteckt, oder? Ach, sei hier. Oh, nein, nein, nein. Oh, cool. Das sind automatische Türen. Das ist natürlich geil. Das soll ich hätte ich auch gern da haben. Ich glaub, die geben so den Gewissen Flair. Wie, und das war's? Nein, so ein Scheißding. Uh, nice. Sieht gut aus. Nein, eigentlich nicht, aber okay. Oh, oh, ich weiß gar nicht, ich schau gar nicht, ich schau gar nicht. Ich schau gar nicht. Ich schau gar nicht. Ich schau gar nicht. Nein, Karate. Okay. Okay, alles klappt. Alles klappt. So, aber jetzt kommt der Endboss, oder? Jetzt kommt er. Ähm. Also wirklich. Oh, nein, 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 nein. Kann ich weitergehen. Ach, du Scheiße! Ach, du Scheiße! Ach, du Scheiße, komm. Komm, lass mich zurück, lass mich zurück. Lass mich zurück. Oh, nein, 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 nein. Nicht gut. Nicht gut, nicht gut. Geh weg, geh, weg, weg, weg. Nö, die wollen nicht sterben. Die wollen nicht sterben. Die haben überhaupt keine Lust zu sterben. Die kennen sowas gar nicht. Stirb, 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 stirb. Kommt jetzt noch was. Oh, daneben. Kommt jetzt noch einer. Bitte nicht. 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 Gut. Hi. Grüßt euch. Scheiße. Mann. Blöden, fetten Dinger, ey. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ach, ich will's gar nicht wissen. Will's gar nicht wissen. Ja, genau. Hi, Freunde. Oh, ja, hi. Oh, schon mal verarscht hab ich ihn. Hahaha. Willst du sterben? Sterben? Danke. Leg dich mal hinten, du hast ja ne Pause verdient. Musst du viel arbeiten. Und war das jetzt? War das jetzt? Ne, das war wahrscheinlich immer noch so ein Snack. Oh, was zum Teufel ist das? Oh, was zum Teufel ist das? Was zum Teufel ist das? Oh, nein, 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 nein. Geh weg, geh weg, geh weg. Komm, geh einfach weg, geh einfach weg. Geh weg, geh weg. Geh einfach weg, mein Gott, mein Gott. Du nerst. Ja, du nerst. Ah, danke schön. So. Ah, 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 ah. Alles klar, alles fit. Alles fit im... Uh! 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 Yeah! Nein, 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 nein. Nicht noch einer. Oh, nein. Groupies. Groupies! Alter, könntest du bitte aufhören? Nein. Nein. So. Okay. Aber jetzt. Jetzt haben wir die BFG. Ah, ja. Oh, natürlich. Hi. Wie konnte ich auch nur so denken? So blöd sein, dass jetzt der Boss schon kommt. Das ist ja eine glatte Beleidigung. Oh, nein, 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 nein. Oh, nein, 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 nein. Schau mal, du wirst geblockt von dem Ding. Du bist zu langsam. Und wo ist der Kopf? Dankeschön. So. Jetzt fühlen wir uns gut. Und jetzt können wir doch endlich... Nein, 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 nein. Geh weg, geh weg. Okay. So. Alter, sag mal. Ja, genau. Dankeschön. Wirklich? Ernsthaft. 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 Wenn jetzt da noch ein Baby rauskommt. Raff. 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 Oh mein Gott. Ist es hier die Küche? Ja, das ist die Küche. Ja, das ist die Küche. Na, hatten wir Lust auf eine Schweinerippe. Hälfte. Scheiße. Ach, nee, oder? Also, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich keinen Appetit. Sorry, aber... Wow, 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 wow. Alter. Alter! Ah, die Kette des Verdammtes. Oh, okay. Oh. Oh, das hört sich nicht gut an. Oh, das hört sich gar nicht gut an. Oh, das hört sich gar nicht gut an. Das hört sich an wie dieser Fette. Wie dieser ganz Fette. Versteht ihr? Versteht ihr, wenn ich meine? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich habe schon das Gefühl. Ja! Guckt ihn euch an. Na, tot. Jetzt tot. Jetzt tot. Nein. Der will nicht stürmen. Passt, oder? Das ist doch auch zu langweilig, wenn man gleich stürmt. Oh, yeah! Ah, das ist ein cooler Abgang. Das ist auf jeden Fall ein cooler Abgang. Ah. Alter, alter, alter. Hört sich gut an. Hört sich gut an. Hört sich nicht gut an. Ah, doch, hört sich gut an. Okay. Gut. So. Ist das jetzt endlich mal das Höllentor, verdammt Kack. Danke. Heilige Scheiße! Alter Schwede. Mein Gott, das war aber eine fette Überraschungsparty. Danke, Dicker. Oh Gott, jetzt schon vorbei. So. Oh Gott. Hört auf, mich immer so zu erschrecken. Auch wenn ihr das immer nett meint, aber ich mag das gar nicht. Ich stehe darauf einfach gar nicht. Versteht ihr? Oh, 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 oh. Oh, nein, 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 nein. Komm, lass mich fest. Ach so, ist doch ein Viech. Nein, 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 nein. Ah. Okay. Wieder auf die altmunde schartende Fäuse. Yeah. Komm, komm her. Lust? Nein, 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 nein. Er war dann echt da vor der Tür dieses Arsch. Heilige Scheiße! Wo kommst du denn her? Du kleines, hässliches Etwas. Ja, 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 der blöd, hä? Ha! Nein, 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 nein. Danke. Haha, in der Luft. So. Okay. Uh. Mann. Das geht echt ab, ey. Das geht richtig ab. Das geht richtig fett ab. Oh, jetzt kommt die Hölle. Oh Gott. Ja, natürlich. Ich. Es ist doch ein Wahnsinn. Es ist doch ein Wahnsinn. Okay, jetzt. Jetzt reicht's mir. Nein, 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 nein. Nicht das. Nicht das. Sondern das. Oh. Oh mein Gott. Ja, toll. So. So. Ah. Na. Alles fit. Alles fit. Ah. Mit jedem deiner Schritte komme ich deiner Seele näher. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Nein, ich bleib rein. So. Wir machen hier ganz kurz Pause. Alter. Die Hölle ist ganz schön groß. Würde ich sagen. Also ich hab mir sie gleich davor gestellt. Nein. Okay. Vielleicht ist es jetzt der letzte Teil. Vorletzte. Vorletzte. Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Überrascht euch. Überraschen wir uns. Überraschen wir uns. Ich weiß auch. So. Mein Name ist Ben und ich danke für diesen Helm-Part. Der wird's immer gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. See.